Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 30 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 580 Euro pro Monat. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020